Für den Wirtschaftsminister ist es ein Schritt zum klimaneutralen Stromsystem. Nach langem Ringen hat sich die Bundesregierung geeinigt, wie sie in sogenannten Dunkelflauten die Energieversorgung ohne Kohlestrom sicherstellen will. Dafür sollen in den nächsten Jahren neue Gaskraftwerke gebaut werden. Sie sollen dann Energie liefern, wenn keine Sonne scheint oder zu wenig Wind weht. Für die Kraftwerksbauer lohnt sich das nur, weil es massive Zuschüsse vom Staat geben wird. Ab 2035 sollen diese Kraftwerke auf Wasserstoff umgestellt werden. Karl Hinterleitner hat Details. In Altbach bei Stuttgart geht in drei Jahren dieses Gaskraftwerk in Betrieb umrüstbar auf Wasserstoff. Genau solche Kraftwerke stehen im Zentrum der Strategie der Bundesregierung. Erstmal begrüßen wir die Tatsache, dass die Kraftwerkstrategie heute veröffentlicht wurde. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Natürlich verstehen wir, dass es noch ein weiter Weg ist bis zur Implementierung. Ein Weg, der noch über zehn Jahre dauert, bis der endgültige Umstieg auf Wasserstoff beginnt. Ein langwieriger, aber notwendiger Schritt in die grüne Transformation, meint Robert Habeck. Nicht immer scheint die Sonne und nicht immer weht der Wind und die Konsequenz ist, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Das sind im Moment fossile Kraftwerke, Kohle, Steinkohle, also Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke. Und die sollen sukzessive aus dem Markt gehen. Das wird auch so kommen. Bis zum Sommer soll es einen Kapazitätsmechanismus geben, der finanzielle Anreize für Betreiber setzt, eine Art Bereitschaftsdienst für stromarme Stunden vorzuhalten. Für die FDP ein richtiger Weg. Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung, denn die Lösung beinhaltet einen Kapazitätsmechanismus, das heißt einen günstigen Zubau von Kraftwerkskapazitäten. Jetzt muss es schnell in die Umsetzung gehen, damit wir saubere und sichere Energieversorgung auch im Winter haben. Die Opposition widerspricht, die Pläne der Regierung seien unausgegoren. Da bleiben alle Fragen offen. Was erwartet die Investoren? Wie wird ausgeschrieben? Wie wird das finanziert? Wir haben nach wie vor keine Klarheit. Die Hängepartie geht weiter. Mit rund 16 Milliarden Euro Kosten rechnet die Regierung für die nächsten 20 Jahre. Ob das am Ende wirklich reicht, ist aber noch offen. Viele Bürger, Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeber rufen dieser Tage dazu auf, die Demokratie zu schützen. Jetzt haben sich auch Nachkommen deutscher Widerstandskämpfer wie Bonhoeffer oder von Stauffenberg zu Wort gemeldet, mit einem dringenden Appell. Sie fordern, Zitat, Auch der Bundeskanzler warnte heute vor Rechtsextremismus und Rassismus bei einem Treffen mit Migrantenverbänden im Kanzleramt. Frankfurt heute Abend, Protest gegen Rechtsextremismus, so wie in vielen deutschen Städten. Angst um die Demokratie treibt Tausende auf die Straße. Wer in der Demokratie schläft, wacht im Faschismus auf und wir sind auf dem Weg dahin. Rassismus sollte keine Chance in Deutschland haben. Es ist ja auch irgendwie total schön, dass so viele Leute da sind. Emotionen und Sorgen, die auch den Kanzler bewegen. Wir lassen nicht zu, dass Extremismus und Intoleranz unsere Gesellschaft spalten. Alle 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben die gleichen Rechte. Alle verdienen Respekt und darum geht's. Olaf Scholz empfängt Menschen aus bedrängten Minderheiten, Vertreter von Migrantenverbänden. Mit dabei auch Said Hashemi. Er gehört zu den Opfern des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau. Vor fast genau vier Jahren. Hashemi erlitt dabei schwere Verletzungen. Sein Bruder wurde getötet. Es ist symbolisch sehr stark, dass der Kanzler einlädt hierher ins Kanzleramt und uns Gehör verleiht. Weil ich denke, gerade jetzt ist es an der Zeit, das stark zu machen, dieses Thema. Ein Dialog im Kanzleramt auf Augenhöhe. Mir und dem Bundeskanzler ist es ein Anliegen, dass wir nicht über sie, sondern mit ihnen sprechen. Und deshalb sind wir heute hier. Ein Signal, auf das viele Migranten lange gewartet haben. Deutschland ist unser Zuhause und niemand wird uns aus Deutschland vertreiben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Deutschland ist unser Zuhause und wir bleiben hier. Und deswegen brauchen wir ein Positivesignal von allen Menschen, die hier leben. Deutschland nämlich, das zeigt sich auch heute im Kanzleramt, ist für die allermeisten Einwanderer längst Heimat geworden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein hat einen Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin am Wochenende verurteilt. Sollten sich die Anhaltspunkte für ein antisemitisches Motiv der Attacke erhärten, forderte er die volle Härte des Gesetzes und gegebenenfalls die Exmatrikulation. Ein pro-palästinensischer Student der Technischen Universität soll den jüdischen Studenten krankenhausreif geschlagen haben. Seit geraumer Zeit sind die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland nicht ganz so gut, was man schon daran sieht, dass die letzten französischen Ministerpräsidenten bei ihren Antrittsbesuchen einen Bogen um Deutschland machten. Anders der neue Premier Gabriel Attal. Keine vier Wochen im Amt ist der 34-Jährige heute nach Berlin gereist. Er wolle so das Gewicht der deutsch-französischen Freundschaft betonen, sagte er. Bundeskanzler Scholz empfing ihn mit militärischen Ehren. Geplant sind Beratungen über bilaterale, europäische und wirtschaftspolitische Themen. Und in diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Berlin. Diana Zimmermann, warum ist dieser Besuch wichtig gerade jetzt? Der Besuch ist natürlich wichtig, weil es der Antrittsbesuch des neuen französischen Premiers, des Mini-Macron, wie er auch genannt wird, des Sprachrohrs des französischen Präsidenten. Zwischen ihm und Olaf Scholz sind die Beziehungen nicht besonders gut vorangekommen, aber sie sind natürlich wesentlich. Auch deswegen, weil es so viele gemeinsame Projekte, gemeinsame Sorgen gibt. Da ist einmal die Sorge vor dem Erstarken der Rechtspopulisten, gerade im Jahr der Europawahl. Da sind massive Bauernproteste, auch Frankreich hat damit zu kämpfen. Und da ist natürlich die Sorge um die Sicherheit Europas und die Frage, wie geht es weiter mit der Ukraine? Olaf Scholz hat in der Vergangenheit Frankreich mehrfach ermahnt, mehr zu tun für die Ukraine. Gabriel Attal hat es hier gerade zurückgewiesen. Die Hilfen Frankreichs an die Ukraine seien massiv und von sehr großer Qualität. Wichtig ist es beiden, auch an die USA zu signalisieren, Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Das ist eine Botschaft, die Olaf Scholz, wenn er am Donnerstag nach Washington reist, auch an Präsident Joe Biden mitnehmen möchte. Diana Zimmermann live aus Berlin. Danke für diese Eindrücke. Der nächste Streik steht an. Übermorgen trifft es wohl mehr als 100.000 Flugreisende. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zum Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind die Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Von Mittwoch 4 Uhr bis Donnerstagmorgen. 10 bis 20 Prozent der Flüge sollen laut Lufthansa aber durchgeführt werden. Verdi fordert für knapp 25.000 Angestellte 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Was machen Fluggäste, die vom Streik kalt erwischt werden? Antworten darauf finden Sie in unserer ZDF-Heute-App. Etwa was konkret am Flughafen zu tun ist, wann es eine Entschädigung gibt und wer die jeweiligen Ansprechpartner sind. Paris wird ab September die Parkgebühren für schwere SUVs drastisch erhöhen. Bei einer Bürgerbefragung haben zwar nicht viele mitgemacht, aber die Mehrheit war dafür, 18 statt bisher 6 Euro für die erste Stunde zu verlangen. Sechs Stunden kosten sogar 225 Euro. Das soll die sperrigen SUVs aus der Innenstadt verdrängen und die Luft verbessern. Auch in deutschen Kommunen ist das ein Thema, wie Jürgen Kiel berichtet. Sie sind schwer, sie sind groß und sie werden immer mehr. Der Trend ist ungebrochen. Jedes dritte neue Auto in Deutschland ist ein SUV. Allein im vergangenen Jahr sind mehr als 855.000 neu zugelassen worden. Schon schick von draußen, aber hat bestimmt auch seine umweltlichen Nachteile. Dass Autos mehr größer werden, mehr Platz einnehmen und auch mehr verbrauchen, ist durchaus ein Problem für die Stadt. Denn alle müssen auch irgendwo parken. In Tübingen gibt es schon Sondertarife für SUV. Anwohner parken für Fahrzeuge bis 1,8 Tonnen, 120 Euro im Jahr. Für die schwereren Karossen werden 180 fällig. Das ärgert einige. Finde ich nicht in Ordnung. Verstößt gegen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ein Auto kann nicht ausschlaggebend sein für das, was ich bezahlen muss. Parkpreis nach Gewicht in Tübingen und bald auch in Paris. Der ADAC findet das nicht ideal. Es ist tatsächlich nicht so, wenn man auf die Datenbanken schaut, dass nur große Autos, die augenscheinlich schwer sind, über diese 1,6 Tonnen fallen. Es gibt auch normale Autos, die Familien vielleicht fahren, wie den VW Caddy, der eben über dieser Grenze liegt. In Hannover fürchtet man deswegen auch Klagen. Man sucht eine Lösung. Die Autogröße könnte hier bald über den Parkpreis entscheiden. Ob es nach Fläche, Länge oder wie eine faire Bepreisung letztendlich aussehen kann, das muss dann entlang dieser rechtlichen Möglichkeiten diskutiert werden und dann auch politisch beschlossen werden. Ganz klar ist aber, dass wir nach Verbrauch der Fläche auch eine andere Bepreisung brauchen. Noch gibt es in Deutschland nur wenige konkrete Pläne, SUV-Fahrer zusätzlich zur Kasse zu bitten. Die Entscheidung von Paris befeuert aber auch hierzulande die Diskussion über den Stadtverkehr der Zukunft. Der Untertitelung des ZDF, 2020